Wolltest du? Dafür ist der Beifahrer da. Schade, ich habe gedacht, es gibt einen Train. Die Wand ist der Beifahrer. Untertitelung des ZDF, 2020 Obwohl es komplett trocken ist, sind die Grip-Verhältnisse nicht wie im Sommer, wenn es trocken ist. Du merkst wirklich, du hast an vielen Stellen durch den kalten Asphalt viel weniger Grip als normal. Gerade Atzenbach zum Beispiel im Morgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war der Begrenzer. Zehn bisschen zu spät geschaltet. Das war der Begrenzer. 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 Das fehlt jetzt auch noch. Dass ich vor uns rein drehe. Und so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ciao Mario, jetzt haben wir Zeit, oder? Wir sehen uns beim nächsten Mal.